Hallo, hier ist Ronja und es ist 2.30 Uhr in der Nacht, deswegen ist es, sorry, es tut mir leid, ich sehe müde aus, ich weiß, ich bin auch müde, aber mein Schlafrhythmus ist so für die Tolle, dass ich jetzt gedacht habe, okay, weißt du was, wenn du schon nicht schlafen kannst, dann bist du wenigstens produktiv, beziehungsweise, ich würde wahrscheinlich eh YouTube gucken, warum gucken wir kein YouTube gemeinsam, hm? Das einzige adoptierte Mädchen in der Familie der Jungen, ja, meine animierte Geschichte. Ein weiterer Knaller, Clara, teilt heute mit uns die Geschichte, wie sie, wie der Titel schon vermuten lässt, das einzige Mädchen ist. Hi, ich heiße Clara. Ich habe immer davon geträumt, eine Familie zu haben, von Eltern geliebt zu werden, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe nicht viel verlangt, aber mein Leben hat leider von Anfang an nicht so gut funktioniert. Kurze Pause, meine Kopfhörer sind falsch. Mit 5 Jahren landete ich in einem Waisenhaus. An meine Eltern erinnere ich mich nicht mehr. Nur die ständige Angst und die lauten Stimmen. Ich erinnere mich daran, wie ein Mitarbeiter des Waisenhauses mich umarmte und liebevoll mit mir sprach. Ich bekam Angst und brach in Tränen aus. Ich weiß, wo sie hat... Warte mal. Waisenhaus. Waisenhaus heißt, die Eltern sind nicht nur gestritten und haben das Kind weggegeben bzw. vom Jugendamt weggenommen gekriegt. Waisenhaus heißt, die Eltern sind einfach tot. What? What? Okay. Crazy. Schlechte Behandlung durch meine Eltern gewöhnt, dass ich nicht wusste, wie ich auf die Fürsorge reagieren sollte. Als ich durch die Rehabilitation ging, fanden sie eine neue Familie für mich. Meine neuen Eltern wollten unbedingt eine Tochter, aber sie hatten nur Jung. Sie beschlossen, mich zu adoptieren. Sie waren so nett zu mir. Sie sagten, dass ich das geliebteste Mädchen der Welt sein würde. Ich habe ihnen geglaubt. Hätte ich nicht tun sollen. Oh. Ich nehme meinen Nord zurück. Scheinbar waren sie wohl nicht so schön. Aber damals hatte ich keine andere Wahl. Am Anfang war alles perfekt. Du warst ja auch fünf. Mein Name wurde geändert, weil eine kleine Prinzessin einen besonderen Namen haben sollte, nicht wahr? Ich wurde nach meiner Großmutter benannt, die ich nie kennenlernen durfte. Ich wollte meiner neuen Mutter helfen. Sie hatte so viele Aufgaben. Sie hat mir beigebracht, wie man kocht und putzt. Meine neuen Brüder haben Familien mit mir zu sprechen. Sie waren sehr eifersüchtig auf meine Mutter und mich, denn ich bekam die ganze Aufmerksamkeit. Okay, kann ich voll relaten mit den Brüdern. Wir hatten mal einen Austausch, äh, nicht Austausch, ähm, wir hatten einen Jungen aus, äh, Weißrussland war bei uns, also als, ich glaube, das, das war irgendeine Katastrophe oder sowas war da. Jedenfalls hat er ein paar Monate bei uns gewohnt, weil die so, ähm, über irgendeine Organisation so Gastfamilien gesucht haben in Deutschland, damit die Kinder aus dem Land raus können und da gewohnt haben. Und jedenfalls dadurch, dass der halt aus schlechten Verhältnissen kam, beziehungsweise irgendwie halt tragische Sachen erlebt hat oder sowas, haben meine Eltern halt versucht, sehr, sehr nett zu dem zu sein. Der hatte ein Riesenzimmer und quasi so eine ganze Etage hatte der für sich und, ähm, hatte sein eigenes Bad und mein Bruder und ich waren richtig neidisch. Und dann hat er auch aus dem Ganzen, weil wir halt, ich glaube, mit die einzige Familie aus unserer Nachbarschaft hatten, die, äh, waren, die einen aufgenommen hat. Deswegen hat der von meinen Nachbarn zwei, drei Häuser weiter so neue Adidas-Schuhe geschenkt gekriegt und ich war, ich weiß noch, dass ich richtig jealous war. Und der arme Junge, der hat nichts falsch gemacht, der, der, ich meine, das ist ja schön, wenn der gut behandelt wird, aber ich kann das, äh, also, ich kann das gut nachvollziehen, so. Das war meine Side-Note-Geschichte. Änderte sich alles auf einen Schlag. Eines Tages passierte etwas mit Mama. Sie verschüttete das Abendessen auf dem Boden und sie und Daddy hatten einen schlimmen Streit. Ich habe unter dem Küchentisch gespielt und habe alles gehört. Am Morgen sagte sie, dass sie müde sei und es nicht mehr tun könne. Sie verließ das Haus mit einem Koffer und ich sah sie nie wieder. Es war der Beginn meines Albtraums. Die Brüder entschieden, dass es meine Schuld war. Und mein Vater stimmte ihnen zu. Bevor ich aufgetaucht war, war schließlich alles in Ordnung gewesen. Das ist aber, also, das ist nicht cool vom Vater. Nicht zugeben, dass sie einfach nicht mehr ihre Dienerin sein wollte. Wer ist das? Wer sind diese Leute? Sind das die Brüder? Die Brüder sahen eine Sekunde vorher, sahen die aus wie zwölf. Und jetzt? Jetzt sind die, was? Nee. Dachte nicht, dass ich ihren Platz einnehmen müsste. Das sind die Brüder. Zuerst musste ich das Geschirr abwaschen, dann das Haus putzen. Und schon bald fielen alle Hausarbeiten auf meine Schultern. Wenn ich nicht in der Lage war, etwas zu tun, musste ich meine Brüder um Hilfe bitten. Das war schrecklich. Sie waren so wütend, weil ich sie davon abhielt. Die Leute mit den Muskeln. Ganz casual im Hintergrund. Das ist nur so. Aber es läuft ja sehr gut beim Training. Hast du mal meine Oberarmader gesehen? Entschuldigung, Bizepsader heißt es. Sie sagen immer Bizepsader. Einmal verschüttete ich Milch auf die Jacke meines älteren Bruders Dylan. Er hatte Wut in den Augen. Ich hatte solche Angst. Er hatte auch Wut in seiner Faust. Hat sich Ronny für mich eingesetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass er zu so etwas fähig wäre. Die Brüder legten sich immer mit ihm an. Und er konnte sich einfach nicht wehren. Mit wem jetzt? Mit Ronny? Mit Dylan? Und mir fehlen hier wichtige Informationen, Clara. Ich kann dir nicht folgen. Es tut mir leid. Du musst dich schon einzeln vorstellen. Du musst sagen, hier, das ist Ronny. Der prügelt sich immer. Das ist Dylan. Der hat viel Wut in seiner Faust. Das ist Peter. Ja, der ist immer nur oberkörperfrei und macht sonst nichts. Da braucht man ein bisschen Hintergrundgeschichte. Sonst kann ich die Charaktere gar nicht einschätzen. Clara, bitte. Gib uns dir ein bisschen was, womit wir arbeiten können. Nichts helfen und es war herzzerreißend. Aber dann wurde mir klar, dass ich nicht allein war. Wir wurden Freunde. Unsere Familie war wie eine Schulklasse. Da waren der harte Kerl, ein paar Tyrannen, ein Streber, ein ausgestoßener... Wie viele Brüder hast du? Das sind fünf. Was? Haben die die aller Adoptierscheiße, das sind die biologischen Kinder? Und falls es die biologischen Kinder sind, fünf Söhne? Also, und dann sagst du, ich will noch mehr Kinder? Also, no shame. Ich bin ehrlich nur interessiert. Das ist so viel. Der Muskelbruder. Der Muskelbruder. Back at it again. Wer? Zur Hölle. Duscht mit Ohrring. Ja. Was zur Hölle? Ich hörte, wie sie sich unterhielten. Wenn ich nicht rausgehe, dann kommen sie rein. Aber plötzlich hörte ich ein Auto auf das Haus zu fahren. Unser Vater. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich so froh, ihn zu sehen. Meine Brüder liefen sofort weg, um sich zu beschweren, dass ich das Bad in Beschlag nehme. Ich hörte schwere Schritte. Ich hörte schwere Schritte. Vater öffnete die Tür. Habt ihr nur einen Bad? Mit sechs Kindern? Habt ihr nur einen Bad? Bad. Okay. Hm. Fragwürdig. Warf mir seinen schmutzigen Mantel zu. Er sagte, ich solle rauskommen. Er hatte einen langen Tag hinter sich und wollte ein Bad nehmen. Warum gibst du ihr den Mantel und nicht ein Handtuch? Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mit meinen Brüdern im selben Raum gewohnt. Ich merkte, dass ich mich nicht mehr sicher fühlte. Okay. Holy Moly. Also, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Weil ich weiß nicht, ob ich einfach nur, sagen wir mal, privilegiert und ein Arschloch bin, wenn ich das jetzt sage. Aber wer hat sechs Kinder? Ein Badezimmer und ein Schlafzimmer für diese sechs Kinder. Ronny, um Hilfe. Wir haben mein Bett in den Lagerschrank gestellt. Es war der einzige Raum im Haus, der mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden konnte. Das war nicht das letzte Mal, dass so etwas passiert ist. Sie berührten mich ständig. Als wäre es zufällig. Sie haben eklige Dinge angedeutet. Und meinem Vater war das egal. Er meinte, es sei meine Schuld, dass ich sie provoziert hätte. Ich begann es zu hassen, ein Mädchen zu sein. Ich fragte die Schere. Ich schnitt meine Haare ab. Ich wollte einfach nicht mehr schön sein. Ich begann weite Kleidung zu tragen, die Ronny mir geschenkt hatte. Ich habe weniger geduscht, weil ich das nur machen konnte, wenn Vater zu Hause war. In der Schule machten sie sich über mich lustig, aber meine Brüder hatten ihr Interesse an mir verloren. Ich fühlte... Also kannst nicht duschen. Badezimmer kann man doch abschließen. Und hier, das ansonsten, wenn die das sonst aufbrechen, dann nimm doch hier Meister Vorhängeschloss und häng das innen noch davor. Mitdenken. Ansonsten, wenn du... Ich weiß nicht, wie alt das Mädel ist, aber man kann doch auch relativ früh einfach ausziehen. Also, wer hält sie denn auf, sich einen Job zu suchen und zu sagen, yo, peace out, ich bin aus. Bevor du Angst hast um deine Sicherheit, zieh doch aus. Also, wie wollen die dich denn aufhalten? Hä? Ich weiß, die Geschichte versucht gerade dramatisch zu sein. Aber, dude, die Leute, I mean, I mean, I mean, achtet auf die Bäume. Wenn du es bleiben solltest. Joink, joink. Bitte. Ich kann das nicht ernst nehmen. Immerhin hat er jetzt mittlerweile einen Tanktopper und ist nicht mehr die ganze Zeit im Oberkörper frei. Es war so ungerecht. Warum hatte niemand ein Problem mit dem Mobbing, dem wir ausgesetzt waren? Und unsere Beziehung? Ich hatte keine Ahnung, in welche Schwierigkeiten uns das bringen würde. An diesem Tag kamen wir früh nach Hause. Vater wartete in der Küche auf uns und war sie. Ah, nee, es war, sorry, ich nehme das zurück. Es war ein anderer, natürlich ist unser Boy immer noch Oberkörper frei. Das wäre ja auch Quatsch. Ich habe ihn nicht so früh erwartet. Das ist ja sein Charakter. Er kann ja so nix. Ich versuchte mich zu befreien und Ronny versuchte mir zu helfen. Aber mein Vater ließ ihn nicht. Sie hatten uns gesehen und ihm alles erzählt. Ich war in Panik. Vater sagte, dass er ein solches Verhalten von mir nicht erwartet hätte. Er hatte mich in seine Familie gelassen und ich hatte sie zerstört. Und jetzt wäre ich ein schlechter Einfluss auf seine Kinder. Er beschuldigte mich, Ronny verführt zu haben. Er wollte mich bestrafen. Sie, aus dem Haus aus. Ich hatte schreckliche Angst. Sie, aus dem Haus aus. Ich schrie und flehte sie an, mich auszulassen. Niemand hat hier dein Handy weggenommen. Ich weinte stundenlang und war erschöpft. Plötzlich begann jemand die Tür zu öffnen. Dude, for real. Ab dem Punkt. Ruf doch einfach die Polizei, das Jugendamt, whatever. Irgendjemanden. Hä? Also, ich meine, sie hat ein Handy. Sie ist nicht im Haus eingesperrt. Sie geht normal zur Schule. Da kann man notfalls, wend dich an den Lehrer, sag, hey, crazy story. Aber meine fünf Brüder, bis auf der eine, mit dem mache ich rum. Aber meine vier anderen Brüder, die wollen mich, was auch immer. Ja, vermutlich töten. Wie wär's? Bisschen Hilfe irgendwo? Was? Wie? Ecke des Raumes vor Angst. War es etwa schon morgen? Die Tür öffnete sich langsam. Es war Ronny. Er sagte mir, dass wir weglaufen mussten. Er hatte Papas Autoschlüssel und seine Brieftasche gestohlen. Der Plan war riskant, aber zu bleiben war noch gefährlicher. Wir mussten an unserem schlafenden Vater vorbeikommen. Er war auf einem Stuhl im Wohnzimmer eingeschlafen. Als ob er wüsste... Der schläft auf einem Stuhl ein. Auf einem Stuhl? ...dass die Tür bewacht werden muss. Wir mussten über den Boden kriechen und... Ich bin versehentlich an den Tisch gestoßen. Ich dachte, ich wäre erledigt. Die Vase begann zu kippen und... Ich habe es geschafft, sie in letzter Sekunde zu erwischen. Ich schwitzte vor Angst. Wir haben es geschafft, unbemerkt aus dem Haus zu kommen. Ronny setzte sich ans Steuer und wir fuhren los. Es war uns egal, wohin wir gingen, solange es weit weg von unserem schrecklichen Zuhause war. Wir fuhren in Richtung Pennsylvania, bis Ronny müde wurde. Wir hatten Angst, dass wir verfolgt werden. Ich konnte nicht Auto... Ihr habt das Auto vom Vater gejoinkt. Womit soll er euch denn verfolgen? Er hat das sonst kein... ...fahren, weil ich keinen Führerschein hatte. Wir beschlossen, das Auto im Wald zu verstecken und dort die Nacht zu verbringen. Wir hatten nur eine Decke und es war eine sehr kalte Nacht. Wir versuchten, uns warm zu halten und kamen uns sehr nah. Ich spürte Ronnys Wärme und es zog mich an. Irgendwann drehte er sich zu mir um und... ...küsste mich. Mein Erster... Achso, ich dachte, das ist schon... Okay, ich dachte... Okay, ich dachte irgendwie, die wären weiter als sie sind. Sorry, meine Schuld. Ihr Erster Kuss. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich war so glücklich. Am Nachmittag setzten wir unseren Weg fort. Wir hatten immer noch keinen Plan, aber wir waren frei. Wir kamen an einem Straßencafé vorbei und Ronnys Magen fing an zu knurren. Ich konnte mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal gegessen hatten. Wir beschlossen, eine Pause zu machen. Ich wusste nicht, dass ich das als großer Fehler herausstellen würde. Warum denn jetzt... Ich setzte mich an einen Tisch und Ronny ging bestellen. Wir hatten nicht viel Geld, aber es musste fürs Frühstück reichen. Ich beobachtete ihn und dachte über unser neues Leben nach. Da leute ich die... Schicka Schnauze. ...über der Eingangstür. Ich sah, wie Ronnys Gesichtsausdruck sich veränderte. Er ließ seine Kaffeetasse fallen. Sie hatten uns gefunden. Unser Vater hatte das Fahrzeug als gestohlen gemeldet. Und die Polizei brachte sie direkt zu uns. Mir wurde klar, dass uns niemand helfen würde. Doch, 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 doch. Die Polizei, die gerade da ist, die wird euch helfen. Sowas sagen wie... Keine Ahnung. Wir wären schlecht behandelt. Wir sind hier geflohen von unserer Familie, weil wir Angst hatten um unsere Sicherheit. Um unser, keine Ahnung, körperliches Wohl. Weißt du, was die Polizisten dann sagen? Fair. Ja? Fair. Kein Ding, dass ihr das Auto geklaut habt. Gebt es vielleicht zurück. Aber wir helfen euch. Vielleicht, keine Ahnung. Eine schöne Verfügung. Damit die nicht in eure Nähe kommen können. Irgend sowas. Für die Bullen waren wir jetzt nur noch Autodiebe. Ich fühlte mich völlig hilflos. Erzähl deine Geschichte. Und hat das Einzige, was ich tun konnte. Ich begann mich zu entschuldigen. Für Mama, die weggeht. Für uns, die weglaufen. Ich hatte gehofft, es würde helfen. Aber mein Vater hatte sich bereits entschieden. Ich hätte nicht gedacht, dass er so grausam zu mir sein könnte. Er sagte mir, dass ich keine Familie mehr habe. Ich war niemand für sie, weil ich sie verraten hatte. Sie würden Ronny nach Hause bringen und er würde den Preis dafür bezahlen, dass er mir geholfen hat. Und ich müsste damit leben, zu wissen, dass alles meine Schuld war. Mein Herz zerbrach. Ich werde nie den Ausdruck auf Ronnys Gesicht vergessen. Er saß auf dem Rücksitz und drehte sich um. Ich stand am Fenster und dachte, nichts anderes tun, als zuzusehen, wie er weggebracht wurde. Ich hatte immer gedacht, dass ich eine Familie wollte. Aber jetzt hatte ich das bekommen, was ich die ganze Zeit wirklich wollte. Freiheit. Sie lief nicht gehen. Aber zu welchem Preis? Ich hatte Ronny verloren. Ich kann ihn doch da nicht zurücklassen. Aber was soll ich tun? Wie kann ich ihn retten? Ich kann nirgendwo hingehen. Niemanden um Hilfe bitten. Das ist einfach eine Lüge. Polizei, Jugendamt, sämtliche Hilfsorganisationen, deine Schule. Die Liste. Als ob du keine Freunde in der Schule hast. Nicht einen einzigen. Nicht eine Person, mit der du wenigstens so bekannt bist, dass du sagen kannst, da habe ich die Handynummer. Da kann ich vielleicht anrufen. Ich meine... Komm schon. Hä? Komm schon. Ich habe kein Geld mehr. Ich bin doch erst 16. Wie kann ich jemanden retten, wenn ich nicht einmal für mich selbst sorgen kann? Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Bitte. Ich brauche deinen Rat. Alles klar. Okay. Ähm. Freierfunde Geschichte. So wie immer. Klassiker. Ich habe mal in die Kommentare geguckt, ne? Weil manchmal findet man da gar nicht was ganz lustiges. Aber straight up alle nur so, oh mein Gott, die Geschichte ist so traurig. Löscht diese Seite einfach jeden Kommentar, der so ist, hey, weißt du was? Boys, eure Geschichte ist freierfunden. Erzählt mal nicht so einen Quatsch. Was soll das? Also, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal hier ohne Quatsch, ne? Ich sehe nur gute Kommentare. Gut. So viel dazu. Äh, wenn ich... Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert diesen Kanal. Wenn ihr weitere Videos gucken möchtet, dann verlinke ich euch hier in der Endcard noch ein, zwei Videos. Beziehungsweise, ich verlinke euch auch die Playlist von den ganzen Ich-Passier-Videos. Dann könnt ihr die hintereinander wegschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020